Oh! Jo, hi Leute! Ihr seid ja auch schon da. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video werde ich ein bisschen Mario Kart 8 Deluxe Online-Spieler mit ein paar Zuschauern. Jo, hi Leute! Und ja Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß mit dem Video. Oh, lol! Lino-chan! Oh, ein Arschloch! Ich bin auf dem ersten Platz, Leute! Das war's mit dem ersten Platz! Nee! Nee! Ja! Ja! Nein! Lino! Lino, für dich! Nein! Nein! Wichtig, Wichtig, Wichtig! Lino! Was? Ja! Nein! Nein, Gami! Ja! Scheiße! Wow! Ja, Wichtig! Wichtig! Jo, hi Leute! Willkommen zu einem neuen Video, was wir forschen hier. Mein Lieben! Ja, Wichtig! Jo, hi Leute! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch den Weltrekord bei Insignian Diebstahl. Wollt ihr mir forschen? Nein! Warte, ob Gavin die jetzt kriegt! Oh mein Gott, ich hasse mich! Oh shit! Oh shit! I disagree! Was? Oh mein YouTube! Wie gut, wie gut du ausgewirr bist! Oh, was? 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 Ich fange gleich an zu rappen. Oh, wie cool das was? Wo bist du, Waluigi? Da! Er ist hier bei dir! Finley! 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 Oh mein Mann! Ey, der wär ja sogar meine Oma zu Fuß schneller gewesen. Naja, in seinem Let's P, äh, ich hab das im Best noch. Let's P! Let's P! Let's P! P ist doch Mathematik! Hört auf zu reden! Ich kenne die ersten drei Stellen von P, äh, ich kenne 3,14, äh, 3,14, ja. Ja, 3,12. Oha, was ist du denn? Hab ihr Studenten? Hä? Was? Gämmi-Zuschauer sind schlau? Was? Gämmi-Zuschauer sind schlau? Moin! Nein! 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 Ey! Juhu! Wahrscheinlich! Ja, komm! Was willst du dir sagen? Du hast, du hast keine Ahnung, wie lange YouTube trotzdem nicht mehr als Zuschauer. Maul, oder? Zerstört! Oh, seht ihr das, Leute? Keine Argumente mehr. Äh, äh, es weiße! Was soll ich denn auch antworten? Ich hab ihn zerstört, was? Jo! Alter, wie ist ein Antwort, alter! Gämmi, kennst du das Opening von Oggi und die Kakerlagen? Zio solved, zaaaaaay, zee, zaaaaaay, zl zaaay, vi 세상sa위ii, Wir waren mal in der Schule, wenn der Schule ist das Kle Comedy ab, in Erfurt. Dann war da irgend so ein Typ in der Gitarre, der konnte mal durch die drei Scheiße in Guppel und halt dann hat für wir uns so drei Cent Münzen reingeworfen. Dann hat der Typ diese drei Cent genommen und den damit ab geworfen. Bei dem ist was oben! Er hat so gesagt, willst du mich verarschen oder was? So geil. Aus Bruch, darum, wie blüht's denn bei dir?